Musik Musik Herzlich Willkommen zu dieser O-Mossage Der erste Erguss, so quasi, heute passend zum Wetter Dieser pataphysischen Reise Wir sind jetzt einige Tage unterwegs gewesen Und wollen euch zeigen, was wir dabei gefunden haben Genau, Pataphysik, wissen jetzt alle, was Pataphysik ist? Nein, gut, wir nehmen schlau nicht, dann habt ihr alles verstanden Also nochmal kurz, Pataphysik Die Wissenschaft der imaginären Lösungen für nicht existierende Probleme Das war unser Konzept Und mit dem sind wir eigentlich dann mal zwei Wochen knapp in Berlin rumgefahren Und das Resultat präsentieren wir uns, glaube ich, heute Uns auch Musik Wir hatten das schöne Lied Deiner Dapse Abendrei Von der Kaste Von der Traube und einer Reise Musik Musik Wir werden das Lied, die singen, dann wollen wir es heißen Wir werden das Lied, die singen, dann wollen wir es heißen Du lächelst und ich verstumme Dann kräuseln sich die feinen Haarpinsel hinter deinem Ohr Und ich verliebe mich in die Möglichkeiten, die du mit dir bringst Die ungelebten Leben Unentwürrbar stehst du vor mir Vom Schopf bis zur Sohle verlegen In der engen schwarzen Hose Die nicht viel Raum für Fantasie lässt Die nicht viel Raum für Fantasie lässt Musik Encore! Encore! No! C'mon! Why not? Oh, who's that bitch? Yeah, what do you gotta do? C'mon! A little more! A little more! Oh, man! Americans! You just want more! Yeah, c'mon! You're not content with just some kind of German, that's enough? Nah! Quality over quality? I'm all! Oh, man! What am I gonna do? One more? Slymalt! Two more! What in hell? Come on, come on! Anything! God bless him! No! Oh, man! Come on, come on! There it was! Oh, man! Das sind meine kleinen schmutzigen Fünsche. Das sind meine kleinen Schmutzigen Fünsche. Das ist so ein Neuro. Ja, weil ihr doch heute Eröffnung hattet. Das war total toll. Ja, hab ich doch abgesagt. Ja, genau. Hättest du alles abgesagt? Glitzer, 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 Musik. Und für die Freiheit des Demonstrationsrechts. Gegen den Missbrauch des Demonstrationsrechts. Er ist drinnen, glaube ich. So, Schönleinstraße, Lachmann, du hast ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020